Der Begriff Synagoge kommt aus dem Altgriechischen und heißt übersetzt Versammlung. Eine Synagoge ist kein geweihter Raum und kann im Grunde an jedem Ort sein. Für eine jüdische Gemeinde ist die Synagoge ein Versammlungshaus, denn sie ist nicht allein dazu da, Gottesdienste zu feiern. Es gibt dort auch Gemeindeveranstaltungen oder Hebräischunterricht. Und für das gemeinsame Gebet müssen die Gläubigen nicht einmal in die Synagoge gehen. Das ist auch einfach zu Hause möglich. Das Wort Kirche bedeutet Haus des Herrn, aber auch versammeltes Gottesvolk. Christliche Kirchen sind ein Haus für Gott und die Gemeinde. Hier feiern die Gläubigen ihre Gottesdienste. In einigen christlichen Traditionen ist Gott präsent in der Eucharistie. Wenn der Priester Brot und Wein wandelt und die Gegenwart Jesu Christi mit der Gemeinde feiert, im Andenken an das letzte Abendmahl. Christliche Kirchen sind aber auch Orte der Versammlung zum Gebet und zur Lesung der biblischen Schriften. Masjid ist das arabische Wort für Moschee und heißt übersetzt Ort der Niederwerfung. Für Muslime ist eine Moschee kein Gotteshaus im wörtlichen Sinne. Es ist vor allem ein Raum für das gemeinsame Gebet. Und noch mehr, sie ist auch sozialer Treffpunkt, um sich über weltliche und religiöse Dinge des Lebens auszutauschen. Mandir bedeutet Tempel, Mandira Haus einer Gottheit. Im Gegensatz zu anderen Religionen bauen Hindus Tempel, die Wohnhäuser für die vielen Götter sind. Meistens ist ein Tempel voller Figuren. Sie stellen die verschiedenen Götter dar. Hier werden dann Götterdienste mit Opferrieten von den Brahmanen veranstaltet. Im Gegensatz zu anderen Einstieg in den